In diesem Video lösen wir eine einfache Logarithmusgleichung. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Edukanova. Wir haben hier eine einfache Logarithmengleichung, bei der die unbekannte Größe x im Numerus vorkommt. Beginnen wir mit der Definitionsmenge. Der Numerus 2x plus 1 muss größer als 0 sein. Wenn wir den Numerus größer als 0 setzen, 1 subtrahieren und anschließend durch 2 dividieren, sehen wir, dass x größer als –0,5 sein muss. Also ist die Definitionsmenge alle reellen Zahlen, die größer als –0,5 sind. Kommen wir zur Gleichung selbst. Nach den Logarithmengesetzen können Vorfaktoren als Exponenten in den Logarithmus genommen werden. Diese Gleichung können wir auch als Potenzgleichung schreiben. Dabei ist die Basis vom Logarithmus neu die Basis von der Potenz, 8 wird zum Exponenten und der Numerus steht auf der anderen Seite der Gleichung. Wenn wir die Potenz ausrechnen, erhalten wir 256. Als nächstes ziehen wir auf beiden Seiten der Gleichung die Wurzel. Achtet auf das Plus-Minus auf einer Seite der Gleichung, damit keine Lösung verloren geht. Wir subtrahieren 1 und dividieren durch 2, damit x alleine auf einer Seite der Gleichung steht. Die erste Lösung erhalten wir, wenn wir beim Plus-Minus mit Minus rechnen. Minus 1 minus 8 gibt Minus 8,5, was nicht in der Definitionsmenge enthalten ist. Die zweite Lösung erhalten wir, wenn wir beim Plus-Minus mit Plus rechnen. Ausgerechnet gibt das 7,5, was im Definitionsbereich enthalten ist. Um sicher zu sein, dass 7,5 auch die Lösung ist, setzen wir diesen Wert in die ursprüngliche Gleichung ein. Der Logarithmus von 16 zur Basis 2 ist 4 und 2 mal 4 ist 8. Also ist die Gleichung erfüllt. Somit ist 7,5 gerade die Lösungsmenge. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.